Hallo, das bin ich wieder. Heute machen wir ein Herz. Sie brauchen 32 Gummibanden in der Farbe, das Sie wollen. Und dann gehen wir beginnen. Wir brauchen zwei Gummibanden auf Elke Stifte. Ihr Loomboot muss sie auf dieser Manier haben. Sie brauchen zwei Gummibanden von der Mitte. Einmal nach vorne, zweimal nach vorne, zweimal nach vorne und dreimal nach vorne. Und dann gehen sie von der Mitte nach links und dann auch dreimal nach vorne mit zwei Gummibanden auf Elke Stifte. So ein, zwei, dreimal nach vorne und dasselbe an dieser Seite. Einmal nach rechts und dann ein, zwei, dreimal nach vorne. Und dann von der Mitte Gummibanden zwei Gummibanden nach links. Und von der Mitte zwei Gummibanden nach rechts, weil die Gummibanden ist. So, dann haben sie diese Form. Und dann müssen sie noch Gummibanden von dieser Seite zu dieser Seite setzen. Diese Gummibanden geht so, aber diese geht an diese Seite des Stiften. Diese geht auch von links nach rechts auf drei Stiften. Und dann noch einmal von links nach rechts auf drei Stiften. Und dann müssen sie auf diese Stifte eine Kettbeeren setzen. So ein, zwei, dreimal auf das Stifte oder zweimal ist auch okay. Und dann können sie beginnen zu hakeln. Die Öffnung nach ihrem Zug. Und dann in das Kettbeeren. Und dann bringen sie das oberste Gummiband nach mitten. So, das sind zwei Gummibanden. Diese auch nach mitten. Und das andere Gummiband, die untere zwei, gehen nach vorn. Die gehen los. Aber das ist nicht. So. 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 mitten gehen los aber das ist nicht und dann diese zwei Gummibanden nach vorn und dann diese Seite die unterste zwei Gummibanden nach vorn und in das mitten die unterste zwei Gummibanden nach vorn und die zwei Gummibanden nach vorn und diese nach vorn in diese Gummibanden und die gehen nach mitten das rechte Stifte nach vorn und diese nach mitten und dann in das mitten die Gummibanden auch einfach nach vorn und dann brauchen sie ein Gummiband in das letzte Stifte das Hacken in das letzte Stifte und ein Gummiband Tattouren und dann ein Nutz machen das ist nicht gut noch einmal in das letzte Gummiband ich habe noch zwei Gummibanden das ist nicht gut noch einmal und dann diese da oben und dann strecken sie das und dann haben sie einen Nutz und dann können sie das Herz von ihrem Lohn tun dann haben sie ein Herz aber sie müssen das ein bisschen so ein bisschen strecken und dann haben sie ein Herz und dann haben sie ein Herz ein Herz dann sind sie und dann können sie das und dann haben sie